Er dachte, ihre Liebe wäre für immer. Er dachte, es wäre der perfekte Zeitpunkt. Er war sich sicher, sie fühlt genauso. Liebe Milch, ich möchte dich etwas fragen und bitte sei nicht sauer. Saure Milch, was für ein lustiger Versprecher. Milch wird ja manchmal sauer, wenn sie länger rumsteht und offen rumsteht. Das wollte ich alles gar nicht sagen, sondern... Willst du mich heiraten? Er dachte, sie wäre ihm treu. Milch, willst du mich heiraten? Du betrügst mich? Mit einer Milchschnitte? Tut mir leid, ich will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Er war sich sicher, sein Leben hatte den Sinn verloren. Er war nicht allein. Hallo, ich bin Sch-Sch-Sch-Schokolade. Und meine Freundin hat mich verlassen. Hallo Frau Schokolade. Guten Tag, ich bin die Frau Antje. Und mein Leben... Mein Leben ist Käse. Einfach Käse. Hallo Frau Antje. Ahoi ihr Landratten. Mein Problem ist... Früher, in den 80ern und 90ern, da war ich ein Star. Kinder haben mich geliebt. Eltern haben mich geliebt. Aber heute, da kennt mich kein Schietmittel mehr. Dabei biete ich jedem all mein Gold. Äh, ist das nachhaltig gefangener Seelachs? Nachhaltig? Hallo? Hallo Capnigo. Ich bin der Dickmann. Und ich fühl mich völlig zerrissen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bin. Ein Schaumkuss? Ein Dickmann? Ein Schokokuss? Früher, da wusste jeder genau, wie er mich nennen darf. Aber dann kamen diese politisch korrekten Gutmenschen. Ich möchte doch nur, dass man meine Sorgen und Ängste ernst nimmt. Was? Das will man dir wohl doch sagen dürfen. Er merkte, dass er hier falsch war. Also ging auch woanders hin. Mann, Mann. Naja, in erster Linie suche ich einen Partner, der gerne mit mir und meiner Tochter ins Phantasialand geht. Mann. Stehst du auf Tüten mit Nüssen? Mein Leben ist Käse. Einfach Käse. Sorry. Katzenallergie. Er ging zurück auf die Brücke. Aber diesmal meinte er es echt ernst. Also echt jetzt. Riegel, es tut mir leid. Kommst du zu mir zurück? Ja, ja. Natürlich nichts lieber als das. Komm in meine Arme. Entschuldige, aber weißt du was großartig zur Milch passt? Frosties. Er erwarten sie kein Happy End. Werbeparodie, der Kinofilm. Der Kinofilm. Hast du schon den Kanal abonniert? Baby, den Kanal abonniert. Hast du schon den Kanal abonniert? Den Kanal abonniert. Abonniert. Abonniert, abonniert, abonniert. Abonniert, 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 locaisen, ministeriek rubber Honey if not. Vielen Dank.